Hallo liebe Leute, grüß dich zum Witz des Tages von der Mitglied der Winter. Heute der Vaterschaftsprozesswitz. Moment, ich bin mal weit. Hallo liebe Leute, grüß dich zum Witz des Tages. Ich passe jeden Tag, heute der Vaterschaftsprozesswitz. Und zwar ist er von Jürgen Hansen und ich soll von ihm die Band Ultimative Victrix und den Jürgen Blechser grüßen. Und der Jürgen hat den Witz beim Viertelgeschick, könnt ihr auch. Der Vaterschaftsprozess, der geht so. Zum Vaterschaftsprozess begleitet sie die beste Freundin. Und dann fragt der Richter die beste Freundin. Und haben sie auch einen Laden bekommen? Nee, mich hat er nur geküsst. Und dann fragt der Richter die beste Freundin. Und haben sie auch eine Einladung bekommen? Nee, mich hat er nur geküsst. Und Erklärung. Richter fragt, haben sie auch eine Ladung bekommen? Das heißt, eine Einladung, eine Vorladung, dass sie zu Gericht kommen sollen. Irgendwie als Zeuge oder so. Und sie dachte, eine Ladung, eine Ladung Sperma, ob sie von dem Freund auch eine Ladung Sperma bekommen hat. Dann meinte sie, nee, er hat sie nur geküsst. Okay, ciao, bitte abonnieren.